Kreativität, Innovation und Zusammenarbeit, das sind Sachen, die in jeder Stadt wichtig sind, insbesondere in einer smarten Stadt. Auch Wetziken ist eine smarte Stadt und wir wollen auch viel smarter werden. Der Hackathon bietet eine gute Gelegenheit, dass wir verschiedene, vielfältige und spannende Projekte aufgreifen und gemeinsam Lösungen entwickeln. Wir als IAG freuen uns darum, den ersten Smart City Hackathon in Wetziken aktiv unterstützen zu dürfen, sodass wertvolle Impulse für die smarte Stadt Wetziken gegeben werden können. Darum fördern wir generell den aktiven Austausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst und Gesellschaft und speziell die spannende Vorgehensweise am Hackathon. In dem, was wir machen, sind wir die Besten. Und damit das so bleibt, brauchen wir dich. Hilf uns, mit kleinen Produkten eine grosse Wirkung zu erzielen. Oder, wie wir sagen, Small Devices wegen Impact. Das GZO Spital Wetziken unterstützt den Hackathon, weil das Akutspital eng verknüpft ist mit weiteren Gesundheitseinrichtungen wie Alters- und Pflegeheimen, Spitex, wie auch Arzt- und Therapiepraxen. Wir unterstützen den Hackathon, weil wir die Vielfalt und die Einzigartigkeit der lokalen Angebote für die Konsumenten sichtbar und einfach zugänglich machen wollen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.